konnichiwa samastro sans serifo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufwärmform lego musik überlegen lego fluch der riebig fluch aus der kerabine eigentlich und ja ich muss ja grad kurz mein mikro richten ist eine neue aufnahme letzte woche haben wir den dritten den vorletzten für abgeschlossen und heute starten wir in die letzte runde und art da ist auch mal ja david jones aber der kostet 500 euro euro nicht aber steine und deshalb fremde gezeiten ist das was uns interessiert wieder 1 2 3 4 5 kapitel und ja beginnen wir mit london viel vergnügen nach einem neuen ladebildschirm diesmal mit natürlich blackbeard der schwarzbart was aber mach ich bin sehr gespannt wie sie das diesmal umgesetzt haben und so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Oh mein Gott! Und da ist er, Barbossa, der alte Verräter. Wir sind auf der hellen Seite, der dunklen Seite, der macht wie auch immer. Oh, und unser Freund, der erste Offizier, der immer bleiben wird. Wir haben keine, ach so, wir haben keine Waffen. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wie gesagt. Ich habe lange nicht gespielt und wir müssen erstmal gegen diese... Warte mal. Wie sollen wir die denn besiegen? Ach hier. Oh, und auf einmal hat er seine Krücke auf dem Rücken. Oh, hier, Kuchen-Torte. Will ich nicht. Oh, kann ich mal kaputt machen. Ähm, ja. Wenn ich mich recht erinnere, war es so ein Film so... Ich habe keine Ahnung, der Film ist zu lange her, aber ich weiß noch ungefähr, worum es ging. Was? Oh mein Gott. Dann, dann, dann. Okay. Wie cool ist das denn? Ich bin der Gitarrengott. Jack, der Gitarrengott. Ich muss erstmal ein bisschen alles zerstören, weil ich ja die... Meine Gitarre kennt keiner. Erstmal hier alles kaputt machen. Ganze Gold, das brauchen sie gar nicht. Get down hier. Äh, ja. Okay, ich denke, ich weiß jetzt, wir müssen alles zerstören. Offensichtlich. Ah, ich... Aber ich will die verdammte... Was ist das denn hier? Okay, das finde ich cool. Verschiedene Gitarrengottes haben verschiedene... Mö, 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 Dien. Dann nehme ich lieber die mit hier. Ach, komm. Ja. Und der Barbossa, da wisse mit seiner... Als wenn der wirklich noch immer so ein feiner Herr ist, wisse. Oha. Und der bleibt ja ganz locker sitzen, wisse. Aber ich glaube, ich sehe, wo wir hinmüssen. Ich glaube, ich zumindest... Ach, wir müssen erstmal ein paar Sachen finden. Aber die Gitarren finde ich schon mal cool. Hat schon mal ganz viel Kussprinkel... Gesammelt. Ah. Ja, ich glaube... Ich weiß momentan nicht, wo wir... Was wir genau machen sollen. Hier können wir Frauen hoch und wir müssen da hin. Ich sehe schon. Aber wie kommen wir da hin? Ich will die Gitarre mitnehmen, verdammt nochmal. Hier vielleicht auch. Ich will die Gitarre mitnehmen. Ah. Ok, ok, ok. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Okay, ich verstehe schon, was wir machen müssen. Ah, jetzt wird immer alles deutlich, ja? Hilft einem immer wieder. Okay. Ja, hier wird es eigentlich mal ein bisschen schwieriger werden. So. Das ist so cool. Bam, bam. So, Freunde. Zerstörung ist immer gut. Warum, weil es der letzte Teil ist, da kann man ein bisschen alles zerstören. Und ich will mal gucken, ob wir... Ja, hier müssen wir doch auf jeden Fall hier... Ja, Pirate oder was weiß man, was heißt. Tja. Ihr blöden... Keine Ahnung, was ihr seid. Ich war gerade... Pflichtbereit. Bestand ja überhaupt. Okay. Ich fange mit mir noch, wer das mit Lars machen kann. Also, im Endeffekt muss ich irgendwie schreien. Ich weiß, in Lego Indiana Jones war es... Ähm... Eine Frau. Die, äh... Aber sie konnte auf jeden Fall, dass, äh... Dieses Glas brechen. So, erstmal hier. Auch mitgetan kann man auch alles zerstören. Immer. Dafür ist es schiefig da. Äh, siehste. War sogar... Wichtig. Aber es kann wieder sein, scheint länger zu sein, weil sonst... Würde es nicht, wie lange dauert es zu füllen. Glaube ich zumindest. Ich möchte wenigstens... Ich glaube, es geht jetzt raus. Ja, das war's mit der Gitarre. In diesem Falle... Ein letztes Mal, das ist... Äh... Das war's jetzt, äh... Mit der Gitarre, ja. Ja. Okay. Soviel zum Rocken. London wurde gerockt. Sozusagen. Ja, ja. Oh. Ah. Mein Geld. Alles meins. Okay, dann würde ich sagen... Raus! Der Hammer... Der Hammer... Der Hammer... Sie meckersen... Hammer sind... Es ist uns... Nie im Stich. Oh Gott. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Dann laufen alle lang, wirst du... Das ist schon wieder cool macht, also... Ach komm. Manchmal... Ich finde das immer so... Nervig, dass die... Mal im Weg stehen müssen. das wird ja hier wieder ein ritt hier kommen wir nicht rein da brauchen wir jemand das schreien kann wahrscheinlich ich werde es ist was mit schreien oh gott natürlich so mal lieber muss er gibt es dann aber an die wir haben hier immer wir haben wir hier ein extra schnell schmieden und das war's aber wir haben dafür ist es ja so und schon kommen wir hier weiter ja das ist einfach teamwork vom feinsten ja da unten die ganzen menschenmassen und die kürzchen ja wieder kommen denn die herr die herrschaften kommen herbeigeflogen oder aber gegen jack hast du keine chance mein freund wie die master schnell zerschreddert werden aber es sieht schon gut aus mit dem jetzt bin ich sehr gespannt wird jetzt diese kamera ich erkenne das nicht wo ist denn das hier oh sie auf der kutsche